Buch dir jetzt ein Kennenlerngespräch für die Mindful Masters Coaching Ausbildung. Die geht im Herbst nämlich in die fünfte Ausbildungsrunde, aber die Kennenlerngespräche finden jetzt statt. Und wenn du lernen möchtest, Menschen mit Hilfe von fundierten Coaching Methoden und Mindful Tools schnell und wirksam durch Transformationsprozesse zu begleiten, damit diese ihre Themen auflösen können, dann bist du in der Ausbildung goldrichtig. Ganz ohne falsche Versprechen, sondern mit ganz viel Expertise und Erfahrung. Und am Ende der Ausbildung kannst du deine Coaching Arbeit dann hier im Podcast vorstellen und deine Zielgruppe direkt erreichen. Alle Infos findest du unter www.sarah.hi.de slash mindfulmasters-academy Ich freue mich auf dich. Hey, wie schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soulpower. Und hier soll es heute darum gehen, wie wir erfolgreich werden. Obwohl, ich finde immer, das hört sich an wie so eine komische Marketingfloskel. Das meine ich damit gar nicht. Sondern erfolgreich im Sinne eines erfüllten Lebens. So. Und wir gucken oft links und rechts und denken, andere haben es gecheckt. Bei anderen läuft es, bei mir selber läuft es nicht. Keiner hat es gecheckt. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Erfolg kommt nicht über Nacht. Es gibt kein Geheimrezept für Erfolg. Es gibt nicht diese eine Formel. Auch, wenn ganz viele Leute uns die verkaufen wollen, die existiert nicht. Denn Erfolg ist so individuell, wie jede und jeder von uns individuell ist. Und auch, ja, die Lebensumstände individuell sind. Das heißt, diese eine Zauberformel gibt es nicht. Und wir wünschen uns die aber oft so sehr. Denn sie verspricht uns, dass da irgendwo am Horizont dieser Silberstreifen ist und dann da alles magisch ist. Gibt es nicht. Aber magisch gibt es. Und zwar jetzt schon in deinem Leben. Wir sehen das oft nicht. Wir sehen das oft nicht, weil unser Tag voll ist mit To-dos, Rechnungen, langen Einkaufslisten, Telefonate. Ja, Dinge, die zu erledigen sind. Und trotzdem ist die Magie in unserem Alltag, dass wir leben, ist schon absolute Magie. Dass wir als Mensch leben. Im Buddhismus ist das die höchste Form der Wiedergeburt. Ja, dass wir als Mensch leben, Nummer eins. Nummer zwei, dass wir hier leben. In einem Land oder, ja, in einem Umfeld, in dem wir unsere Meinung sagen dürfen. In dem wir überhaupt sagen oder uns fragen dürfen, was ist für mich eigentlich Erfolg? Was will ich mit meinem Leben machen? Ja, das ist schon absolute Magie. Dass wir jeden Tag die Augen aufmachen und da sind. Das ist Magie. Und ich glaube ja fest daran, dass, was dann on top kommt, ja, und jetzt bleiben wir mal bei dem Erfolgsding. Also eine Selbstverwirklichung über den Beruf ist ja für viele Erfolg. Das passiert meiner Meinung nach durch zwei Dinge. Nummer eins, du bist offen, ja. Dein Kanal ist offen, du glaubst da dran. Und es fließt quasi durch dich. Ideen kommen zu dir. So ist das auch bei mir. Beim Buchschreiben, bei neuen Formaten, die ich entwickle, bei Speakings. Ich sehe das gar nicht so, dass das meins ist, dass ich das irgendwie aus mir ausquetschen muss. Sondern umso offener ich bin, umso mehr darf es zu mir kommen, durch mich fließen. Und ich gebe ihm einfach nur eine Form. Aber es war schon da. Ich gebe ihm einfach nur eine Form, ja, dieser Idee. Und das Gleiche kannst du auch machen, was auch immer es ist. Und dann kommt Nummer zwei. Und Nummer zwei ist dranbleiben. Bei all der Magie und bei all dem offenbleiben. Wenn wir Erfolg haben möchten. Erfolg auch im Sinne von Kreativität. Also ob man jetzt Bücher schreibt oder ob du eine Firma hochziehst oder ob du ein soziales Projekt in die Welt rufst. Das hat ganz viel mit Kreativität zu tun. Du schaffst etwas, wo vorher nichts war. Du kannst etwas sehen, was noch nicht sichtbar ist. Und das hat ja ganz, ganz, ganz viel mit Kreativität zu tun. Und dann eben der zweite Schritt, der auch ganz wichtig ist. Dranbleiben. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Denn ganz egal, ob du eine Firma hochziehst, ob du ein Buch schreibst, ob du Musik machst, ob du einen sozialen Verein gründest, was auch immer es ist, was du in die Welt trägst, das sind viele, 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 viele kleine Schritte. Das ist eben nicht nur die große Eingebung, dieses Offenbleiben. Ja, ist ganz wichtig. Aber dann kommt die Umsetzung. Und in der Umsetzung gehen so viele Schubladen auf. Und an manchen hat man das Gefühl, boah, warum geht die jetzt nicht leichter auf? Warum stockt die? Oder bei manchen Wegen hat man das Gefühl, schon wieder so ein nerviger Kieselstein in meinem Schuh. Warum geht es nicht einfacher? Ja. Und manchmal geht es ganz einfach. Manche Dinge funktionieren dann auf einmal ganz schnell. Und man denkt sich so, ups, das war aber jetzt einfach. Und ja, dranbleiben. Erfolg kommt nicht über Nacht. Die Umsetzung kommt nicht über Nacht. Ja. Also Nummer eins, dieses Offenbleiben für die Kreativität, für Visionen. Nummer zwei, die Umsetzung. Und da ist es Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Und es kommt auch übrigens nicht der eine Punkt, an dem es dann magically nur noch einfach und reibungslos läuft. Weil so ist das Leben einfach nicht. Ja. Und immer, wenn wir was Neues machen und ausprobieren und neue Wege flastern, dann werden wir immer mit, ja, auch mal mit Unwägbarkeiten zu tun haben. Dranbleiben. Ganz, 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 ganz wichtig. Und es lohnt sich so sehr, ja. Ich kann das, glaube ich, wirklich sagen, bei all den Menschen, die ich begleitet habe in meinen Coachings. Viele, viele, viele Künstlerinnen, Künstler. Oder auch in meinem eigenen Business auch mit dem, was ich tue, ja. It's a long-term game. Das sage ich ja immer. Die, die den Podcast lange kennen, können es schon wahrscheinlich nicht mehr hören. Aber ich möchte euch damit Mut machen, ja. Erfolg kommt nicht über Nacht. Dranbleiben. Und es lohnt sich, denn wir alle tragen eine Sehnsucht in uns. Und diese Sehnsucht, manchmal ist das auch Unzufriedenheit übrigens, ne. Die kann sich, diese Sehnsucht kann sich in Unzufriedenheit wandeln, wenn wir ihr nicht zuhören. Denn die ist das Flehen unserer selbst, unser eigenes Leben zu leben. Und zwar wahrhaftig und in vollen Zügen. Und diese Sehnsucht, die manifestiert sich in unseren Tagträumen. Und ja, wenn unsere Gedanken mal abschweifen, vielleicht kennst du das, sitzt irgendwie im Büro auf deinem Stuhl. Und dann schweifen die Gedanken ab. Oder du bist im Bett und stellst dir das Leben von dir vor, wie es wäre, wenn du wirklich du selbst sein würdest. Ja. Und das kannst du. Das kannst du. Und dann hast du nicht mehr diese Sehnsucht im negativen Sinne, die eine Unzufriedenheit ist. Ich hatte früher, ich habe wahnsinnig viel gearbeitet und auch einen erfüllten Job gehabt. Aber ich hatte immer diese Unzufriedenheit, weil es nicht mein Leben war, weil ich nicht das gemacht habe, was ich eigentlich machen wollte. Ja. Und das ist nicht nur ein Schritt, das macht auch zwischendurch Angst und dann kommen unsere Konditionierungen noch mit rein. Ich bin zum Beispiel der totale Sicherheitsmensch, aber es lohnt sich so sehr. Es lohnt sich so sehr. Und der Weg lohnt sich. Das Ziel lohnt sich natürlich auch. Aber der Weg, der Weg, der ist die Magie. Der Weg jeden Tag. Und da schließe ich jetzt wieder den Kreis zum Alltag, ja. Also diese Magie des Lebens, die Magie von Erfolg ist nicht der silberne Streifen am Horizont. Das ist in unserem Alltag die Magie, ja. Während wir diesen Weg gehen. Weil das Leben ist ja nicht irgendwie eine Probe. Wir haben hier jetzt nicht die Probe, die wir machen. Das ist unser Leben. That's it. Das ist das, was wir bekommen haben. Und manchmal tun wir so, als würden wir die ganze Zeit proben, ja. Proben für unseren großen Auftritt der silberne Streifen am Horizont. Und nein, das ist unser Leben jetzt. Wir proben nicht. Jetzt gerade, während du diesen Podcast hörst, probst du nicht. Das ist dein Leben. Und deswegen meine Einladung, wenn du diese Sehnsucht in dir spürst, ja. Und da rein spürst und wirklich visualisierst, was du da siehst. Ja, die Person, die du sein möchtest, die du auch eigentlich bist. Visualisier dir das so detailreich wie möglich. Als wärst du schon dort angekommen in diesem Leben. Was siehst du? Wo bist du? Wer ist bei dir? Was tust du? Bleiben wir mal bei dem Beruf, ja. Bei der Selbstverwirklichung über den Beruf. Was ist der Zweck von dem, was du tust? Bei mir ist das zum Beispiel der Zweck. Ich möchte so viele Menschen wie möglich in ihre, oder anders. Ich möchte so viele Menschen wie möglich dabei begleiten, in ihre innere Freiheit zu kommen. In einem Leben anzukommen, wo sie sagen, ja, das ist mein Leben. Das fühle ich. Das bin ich. Und warum? Weil mir das selbst, in meinem Fall, das hat mein ganzes Leben verändert, als ich durch diesen Prozess durchgegangen bin. Und die Lehren und die Techniken, die mir dabei geholfen haben. Und weil ich weiß, dass das so viel verändern kann, wünsche ich mir das auch für andere. Und ich möchte, dass wir alle scheinen können, strahlen können. Und ich möchte, dass wir alle, ja, unser Leben als Magie sehen, die es ist und unser wahnsinniges Glück, was wir haben. Und ich möchte, dass wir unser Leben romantisieren. Und ich sage es euch, wenn mich jemand von früher kennt, dann weiß diese Person von früher ganz genau, dass ich sowas früher nie gesagt hätte. Weil ich einfach zynisch auch war und gedacht habe, na, das ist doch irgendwie kitschig, sowas zu sagen. Und mir zu cool dafür war. Aber eigentlich war ich überhaupt nicht cool. Ich habe einfach Angst gehabt, dass es nicht klappt. Oder ich hatte Angst, da hinzugucken. Ich habe es ja noch nicht mal gesagt. Aber ich hatte Angst, da hinzugucken. Und groß zu denken und mich auszudehnen und mir Platz zu machen. Aber als ich das irgendwann gemacht habe und wirklich ehrlich zu mir war und es dann gemacht habe, dahin geguckt habe, diese Sehnsucht angeguckt habe, auch die Unzufriedenheit. Und mir erlaubt habe, das, was ich in meinen Tagträumen gesehen habe und gefühlt habe, wirklich auszusprechen und selbst daran zu glauben und dann auch in die Umsetzung zu gehen. Da hat sich alles geändert. Und du hast auch das Recht, ganz du selbst zu sein. Du hast das Recht, ganz du selbst zu sein. Du musst nicht deine Persönlichkeit zurückhalten, dich zurückhalten. Deshalb heute meine Einladung. Spür da rein. Geh in die Sehnsucht hinein. Visualisier dir das, was du da siehst. Und dann tu dir den Gefallen, diese Woche, sieben Tage lang, jeden Tag einen Schritt umzusetzen, der dich dem, was du da siehst, näher bringt. Und es können auch kleine Schritte sein, jeden Tag einen Schritt. Und ja, die beiden Hauptkomponenten für Erfolg im Sinne der Selbstverwirklichung offen bleiben, empfangen und dann nicht aufgeben. Und das lohnt sich so sehr. Und mit diesen Worten wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist. Und ich kann nicht erwarten zu sehen, kannst du es mir auch gerne mal schreiben, was du umsetzt und in die Welt trägst. Und dir in dein Leben holst und wie du dich entfaltest. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Bis zur nächsten Woche. Bis zur nächsten Woche.